Danton und Robbe, ist das was zu essen? Eigentlich konnten sich der radikal rote Robespierre und der dekadent blaue Danton noch nie leiden, obwohl sie früher für dieselbe französische Revolutionsmannschaft gespielt haben. Du blutrünstiger Psychopath! Du genusssüchtiger Spießer! Hör sofort mit deinem Terror auf, sonst nehme ich dir deine Guillotine weg! Dann bist du ein Feind der Revolution! Das traust du dich nicht zu sagen! Und ob ich mich traue? Das traust du dich nicht! Und Robby traut sich. Danny wird verhaftet, hält ein paar großartige Reden, als es zu spät ist und dann kommt er auf die Guillotine. Tschack! Aua! Ende. Vielen Dank.